Am 29. Januar kommt es auf Sie an, auf alle Wuppertalerinnen und Wuppertaler, die gemeinsam zu einem Treffpunkt an den City-Arkaden kommen, um gegen den Nazi-Aufmarsch in Wuppertal zu demonstrieren. Wuppertal ist eine tolerante Stadt, in der viele Menschen, viele, viele Jahrzehnte gemeinsam miteinander leben und wohnen und es ist ganz wichtig, dass diese Stadt zusammenhält und deutlich macht, dass Nazis in Wuppertal keine Aufmarschmöglichkeiten haben. Kommen Sie am 29. Januar zu der großen gemeinsamen Demonstration. Vielen Dank. Vielen Dank.